So, so, so YouTube, ja, gerade Runde 2, äh, Runde 1 in Bolivien beendet und jetzt Teil 2 mit den nächsten beiden Runden. Runde 2, wir machen weiter und werden herausfinden, wo wir sind. Och, endlich mal ein vernünftiges Land, möchte ich ja fast sagen. Und eine recht gute Stelle, ähm, in einem hoffentlich, ja, Ungarn, nicht? Oder Rumänien, irgendwie sowas. Oder vielleicht auch Polen, werden wir sehen. Äh, da, Schrift. Kultu, oh! Kulturi, Maja, Ramatu, Goko. Und gestrichelt, äh, dann irgendwo hier oben sogar, Schwedenhäuser, nee, das sieht osteuropäisch aus. Dann, dann kannst du ja eigentlich nur Estland sein, aber Estland sieht eigentlich sauberer aus. Konsum, Kauplus, Postkontor, Politisai, Vendra, Wömer, Weste, Möse, Südgare, Wehre. Ich verstehe kein Wort. Gymnasium. Ähm, das ist ja, als wenn ich ein ganz komisches Deutsch lesen würde. Ähm, okay. Gymnasium. Vala Litisus. Ähm, Wömer. Vala Litisus. Jövi. Hapasula. Vaste Möse. Mit diesen, mit der Tilde drüber und den Punkten. Okay, die haben eine Tilde hier auch drüber, oder? Kürigasare. Menemare. Menemare. Heltemar. Sehen wir einen Woma. Da ist ein Wormsi. Da ist ein Validja. Ein Sere. Also, es klingt auf jeden Fall schon Kerler. Gar nicht. Wömer. Da. Woma ist Wömer, würde ich sagen. So. Und das liegt 13 Kilometer nach Norden, Ost, Süden, Westen. Also sind wir irgendwo vielleicht hier. Und Vendra. Wenn ich noch Vendra sehen würde, wäre das eigentlich noch sinnvoller. Weil wenn es keinen Vendra gibt. Weil es könnte ja mehr als einen Wömer geben, nicht? So ein kleiner Ort. Bei uns gibt es ja auch mehr als einen, weiß ich nicht, Oldenburg oder sowas. Und Vendra klingt irgendwie größer. Was manchmal passiert ist, dass es halt anders geschrieben wird. Und das Wömer wäre mit Tilde. Und die haben eigentlich auch eine Tilde. Also könnte es auch ein anderes sein. Manchmal googelt das Problem aber mit der Übersetzung. Oder in Deutsch, nicht Deutsch. Ich meine, wir können auch irgendwo hier in Finnland sein. Aber es sieht, obwohl in Finnland sahen, in Teilen auch manchmal runtergekommen aus. Hmm. Das ist eine Schule. Na ja, dass ein Gymnasium eine Schule ist, habe ich gerade noch erkennen können. Klingt ja auch wie Deutsch. Wir haben ja diese eine Liste. Da kann man anhand der Verkehrszeichen auch erkennen, in welchem Land man ist. Aber die wollen wir jetzt natürlich nicht zurate ziehen. Auf jeden Fall sind wir in der EU. Das ist schon mal wichtig. Ich glaube, die gestrichelten Linien waren in Finnland direkt. Oder wir haben immer noch dieses eine Ding hier. Arland und die anhänglichen Inseln. Nicht, dass es hier einen Wömer gibt oder so. Weil da gibt es Verde, Prestö, Mikkelö, Aber die sprechen eher Ähm Westeham, eher Schwedisch, aber es ist alles Finnisch irgendwie. So eine ganz komische Mischung, diese Insel. Jersö, Flakka. Aber ich vergesse die immer mal wieder. Und dann suche ich ewig und dann wundere ich mich, sieht ja aus wie Finnland, aber irgendwie auch wie Schweden. und dann irgendwann komme ich drauf, dass es noch diese Insel gibt. Und vor allem, wenn ich die M irgendwas nicht finde in beiden Ländern. Und die eine Acht oder so gibt es da, gibt es nur die Achtkreuz, die irgendwas, die Zwei oder so. Okay, aber das Surian ist doch ein osteuropäisches Schild. Dieses Durchgekreuzte. Jaja, es wird schon ... wird schon irgendwie passen. Jetzt halte ich mich natürlich an dem Wöhmer auf. Gut, lasst mal fahren. Da vorne wird doch dran stehen, welche Straße das ist. Viljandi. Viljaja würde ich höchstens sehen. Hm. Warum schreibt ihr keine Straßennummern hin? Das wäre doch hilfreich. Suriani Viljandi. Ich meine, die Straßen sind doch auch echt gut. Wir haben sogar Straßennamen. Le Havre Allee. Vielleicht hier. Ja. Guck mal. Auf der 57 würde gar nicht passen hier. Das heißt, es gibt noch irgendeine Ort. Aber von den Straßensymbolen könnte es gar nicht mal falsch sein. Äh, 35 68 67 54 51 51 59 57 57 Suriani haben wir. Hier ist noch ein Wömer und das wird auch mit einer Tilde geschrieben. Okay. Also Wömer mit Doppelpunkt und Wömer mit Tilde unterscheiden sich schon mal. Wichtig zu wissen. Ähm, 57 das heißt, wir sind eher hier unten an der Stelle und jetzt 124 wo kommst du ins Spiel? Ja. nicht in die Richtung, oder? Das ist zu weit weg, obwohl 27 Wo geht denn die 57 hier weiter? Die hört hier auf. Okay, jetzt macht mich wieder traurig. Gut, das steht nur, es geht zur 57, nicht? Dann suchen wir mal die 124 123 124 hier in der Stadt ah, da in der Stadt hier, da, 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 wir sind in der Stadt wir sind in Zürichani ach, guck mal an da kommen wir also auch raus das ist ja verrückt okay, wie heißt die Straße wir hatten hier doch überall Straßennamen ich glaube ich bin in die falsche Richtung gefahren okay, unsere Straße macht auf jeden Fall einen Bogen im Nordosten und kommt an die große Straße ran also sind wir hier wahrscheinlich in der na eigentlich ja wir sind jetzt hier wahrscheinlich auf der 116 nicht wir stehen dann hier wahrscheinlich da ist auch die Schule äh Lim Bitu Lim Bitu Lim Bitu da ja okay und jetzt müssen wir nur gucken auf welcher Höhe wir wirklich sind hier müssen die Straßennamen sich ändern nicht das ist die Kreuzung die hier so denn ist das der das der der Spielplatz wo ist der hier Südosten könnte aber auch hier sein die Schule selber ist das sieht hier alles nicht in der Schule aus nicht das ist das Problem okay wir kommen aber direkt an die große ran also wir sind gar nicht so weit weg dann stehen wir eher hier kommt davor noch was kein Abzweig oder also wenn das hier nicht zufällig eine Straße ist das könnte die sein Haus Nummer 8 ich glaube das habe ich gelesen okay dann stehen wir genau dort 4 24 uff aber hey immerhin volle Punktzahl und damit zu Runde 3 oh no Leute warum tut ihr mir das an was habe ich euch angetan ich habe es von einem bekannten erfahren ihr habt jetzt einen neuen freund und doch jetzt ist es zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät doch dann ist es zu spät das wäre das gelbe große gebäude gewesen kann sein sah halt nicht aus wie eine schule nicht wie wir sie uns so ein bisschen vorstellen aber klar wenn die da auch nur 30 40 Kinder haben dann ist das da vielleicht ein bisschen anders ok auf jeden Fall motorroller sehr beliebt asien na vielleicht wieder malaysia thailand könnte auch miyamah sein oh da stand was schrift das hilft auf jeden fall fahren wir am was entlang ah nee ich dachte das sah aus als ob da ein schild mit schrift war oder ich hab es übersehen vielleicht war es auch wo anders manchmal haben die nämlich so steine am rand wo was draufsteht was ziemlich hilfreich ist also auf jeden fall nicht philippin oder am besten finde ich heraus welches die verkaufen zigaretten also kann es nicht die philippinen sein in philippinen war alkohol verboten als werbung nicht und in indonesien und co und thailand war zigaretten werbung glaube ich verboten da müssten wir philippinen theoretisch sein oder irgendwas was habt ihr da einen schönen helm jetzt wo ich die beiden sehe bin ich auch auf sri lanka so ein bisschen eingeschossen also irgendwo so in dieser in dieser ecke hier auf jeden fall nicht da können wir uns schon mal positionieren finde ich ich muss ganz ehrlich sagen ich bin lieber im südostasien nicht du hast immer mein häuschen wo irgendwas interessantes zu sehen ist wassersammler wie in seven days to die oder so und wir sind fast am äquator die sonne ist im das vielleicht ein guter hinweis die sonne ist im norden das heißt wir sind im süden und die zeigen richtung nordosten leicht nordosten das heißt wir sind in einem land hier also sri lanka würde wegfallen und philippinen ja dann könnten wir eigentlich nur indonesien sein wir sind nämlich fast am äquator weil die schüsseln würden sonst stärkeren winkel haben ägypten oben am nie vielleicht aber nur ganz fast obwohl man darf sich davon nicht irren lassen ich war schon mal äh in einem tiefsten kiefernwald und wirklich ich hätte geschworen ich bin in europa im wald oder in kanada und auf einmal war ich in lesoto also man kann manchmal die ecken gar nicht so abschätzen oder auch in südafrika da fährst du durch gegenden wo du denkst du bist in england weil es halt mal englische kolonie war und wunderst dich aber so über diese mischung die es da einfach von allen stilen gibt von gebäuden autos und denkst dir so irgendwas passt dir nicht so ganz und bist du dann gut wenn man dann einmal da war weiß man es aber wenn man das erste mal da ist ist man total verwirrt also wer weiß wenn der nie blüht vielleicht sieht es auch so aus passale lang karet rantau rantau pandan ok ja ok sprachlich sind wir auf jeden Fall abgesignet das passt schon wenn jetzt noch selamatatang kommt willkommen dann sind wir auf jeden Fall in indonesien wir sind hier nur in europa naja fast europa du musst gehen dann viel spaß noch wünsche dir ein schönes wochenende hier zum beispiel würde ich auch sagen das könnte auch kenia sein wenn ich mir nur dieses bild hier angucke mit diesem rasen so am rasen kann man auch oft erkennen wo man so ein bisschen ist aber das habe ich alles vergessen über drei wochen das geht so schnell war hier nicht auch noch irgendein schild ne ich sehe gerade irgendwie immer schilder wo keine schilder sind gut dass wir eine zweite aufnahme folge haben weil indonesien ist echt auch anstrengend kampung sungai pandan dusun rantau pandan pandan himak maschid pandan problem ist nur die haben natürlich keinerlei straßen da ist ein schild ich glaube es nicht so dicht am start pandan pandan gut pandan wie satter er terjun sehr sauber auf jeden fall hier und da sollen wir uns nochmal beschweren nicht wahr also so ein bisschen kann ich das ja so aber das sagt mir gerade gar nichts nach nach osten zeigen die hm wir müssen eh am besten finden wir eine schule die schulen haben immer eine komplette angabe wo sie sind in einem relativ großen schild das eigentlich immer ganz gut oder manche Händler haben unter ihrem wenn sie reich genug sind um ein schild zu haben dann die adresse und da ist die flagge von indonesien also indonesien ist jetzt gesichert war ja eigentlich schon vorher gesichert aber ich hab gerne kennt ihr das so ich bin jemand ich brauche so 100% ich kann bei 99% nicht sagen yo das passt so ich brauche noch immer den einen Beweis der mir gesagt ja du hast recht mit dem was du denkst okay ist auf jeden Fall eine sehr dreckige ecke habe ich so noch nie erlebt in indonesien das so krass ist mit hirn und dreck also das schon echt übel hier die ecke boah ich weiß nicht ob hier ein sturm durchgefegt ist aber das ist schon echt unangenehm nicht wahr also ich würde nicht hier gerne wohnen wenn es so aussieht ich würde ganz ehrlich rausgehen und den Müll sammeln wenn es in der Form bei mir rumliegen würde und zumindest irgendwie in Säcke packen aber da können wir uns glücklich schätzen dass es bei uns so nicht ist gut und wo kommt der Müll aber her von uns nicht das müssen wir auch immer uns auf die kappe schreiben wir nehmen unser Müll sagen wir verkaufen den zum recycling in solche Länder die länder sagen wir recyceln den wir glauben das sagen wir sind raus wir haben eine grüne Weste und am Ende äh werfen die den Müll nur irgendwo hin oder verschiffen ihn zurück zu uns der noch wenig halbwegs wertvoll ist oder sowas okay Kebakaran ich weiß wir waren beim letzten Mal in Kebakaran das war hier war Kebakaran irgendwo hier hinten in in Celebs Celebs nicht wir sind auf der äh wie heißt sie Trans Il Trans hier auf der hier sind wir Il Trans Sulawesi und genau Poso und wir haben nicht herausgefunden wo wir auf dieser Route sind leider kann ich den Rest nicht lesen das ist zu schlecht von der Auflösung her Rand Haupt Hand dann ich muss das Kleingedruckte da oben erkennen können schade da steht doch was ok müssen wir seitlich lesen blablabla komplex romandinas posemas rantau pandan also rantau pandan wird dann die Ecke sein ich hoffe ich erinnere mich richtig dass das das Kebapang war hier aber normalerweise schreiben die noch die Straße drunter eigentlich steht da immer Straße Landkreis und noch Ort oder Ort Straße Landkreis irgendwie so Am besten Schule oder Tempel oder irgendwas was so ein großes Schild an der Straße hat das wäre eigentlich am optimalsten da haben wir echt zwei harte Brocken in der Runde Geotastic gönnt uns heute gar nichts ich wollte eigentlich 5-6 Runden aufnehmen jetzt hätte ich es auch gewusst Andena Amizuki Ibuxi Kemakan Rantaupan dann okay interessant und Stadtplan wenn man reinfährt finde ich schon mal gut brumm 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 ich komme nicht weiter jetzt nicht dass wir hier blockieren was wir machen können wir können auch mal umdrehen und in die andere Richtung fahren also langsam sind wir relativ weit vom Startpunkt weg in den Ninesien kann es nur passieren dass man auch ewig fahren muss manchmal hilft auch eine Brücke oder so weil die eine eindeutige Bezeichnung hat sowas wie Kilometerangaben und Stetenamen werden wir kaum finden dass irgendwas an den Straßen dran steht sie müssen hier alle Navigationsexperten sein nachkommen von Columbus oder sowas die wissen auf jeden Fall alle wo sie sind und wann sie sind anscheinend oder die haben alle schon moderne Geräte und navigieren mit ja Navigationsgeräten nicht das kann natürlich auch sein dass sie weiter sind als wir die hier noch Karten auspacken und uns die gegenseitig zufaxen an interessante Bäume hat hier was dran stehen ne würde auf jeden Fall passen von von den Schüsselausrichtungen wenig Infrastruktur so schulmäßig und anderen Sachen ich meine die haben hier zwar immer ihre riesigen Shops und Restaurants aber das war's dann auch schon ich meine eigentlich schon ganz cool nicht wir mit unseren Automaten sind auch nicht wir weiter die am Straßenrand stehen 3,99 ne Cola aber eigentlich gar nicht so verkehrt morgens rausschieben hast du alles an einem Ort und kannst verkaufen da hatte hier wer war das Knirps glaube ich genau auf seiner Reise da war wer ihn kennt kennt ihn auch ein Streamer da war ne Bäckerei die hat wenn sie Mittagspause macht schiebt die einen Automaten vor ihre Tür also die Tür ist ein Snackautomat oder ein Brötchen Automat wo man dann Brötchen rausziehen kann aus dem Automaten während die Mittagspause machen zum Beispiel also die die backen befüllen das währenddessen verkaufen sie auch und dann machen sie Pause und dann kann man am Automaten kaufen und der bleibt zum Beispiel auch nachts da und sichert die Bäckerei gleichzeitig aber ist halt auch ein Verkaufsautomat total clever also muss man schon sagen das ist Geschäftspraktiken wo man sagen kann mit der heutigen Situation haben die sich arrangiert und ja ich finde sowas müsste es eigentlich viel öfter geben ich finde das richtig cool nicht du kommst hin nach der Arbeit oh shit ich brauche doch noch ein paar Brötchen gehst du da zum Bäcker aha zu so und so ist oh der hat zwar zu aber da liegen ja noch drei Brötchen im Automaten cool dann kann ich mir die rausholen nicht und der Bäcker ist froh Mensch ich musste die Sachen nicht wegschmeißen jemand hat noch die Brötchen geholt abends ist doch eine Win-Win-Situation für alle Kabubaten Bungo Mekatan Rantu Pandan Dusun Batan Duku Permutan Kabupaten 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 Hm Oh man Das ist so Wissen was mein Gehirn zuerst löscht nicht Ich weiß so wenn ich das drei Tage hintereinander mache dann weiß ich ah Rantau Pandan ist da und da und das ist das ist das zwei Tage nicht gemacht habe ich es wieder vergessen ok ich würde aber sagen 17 Minuten in die eine Richtung nach dem Ort werden wir mal umdrehen warum hat deine Schule hier nicht ein Schild oder hast du eine Schule oh man nicht mehr helfen tun uns die Einheimischen hier alle stumm da ist ein Schild ey guck mir das Schild Pondong Pesatran Jasan Umlo Ur Rantau nee nix für uns das Problem ist wenn man die Sprache nicht kann dann braucht man halt die Schilder in dem Format die man wenigstens dann wiedererkennen kann nicht jetzt ein bisschen Wasser und gerade die von der Schule oder von der Polizei die sind halt einheitlich aufgebaut die kann ich halt einigermaßen auseinander nehmen so wenn da Kabupaten steht das könnt ihr auch Dorf heißen einfach und dann suche ich ewig Kabupaten und dann wird das einfach nur nicht rangeschrieben weil es einfach unüberflüssig ist oder stumm ist in der Sprache oder keine Ahnung gibt ja die merkwürdigsten Sachen da steht auch was aber auch viel zu klein würde ich eh nicht identifizieren können gut hier kommt jetzt wahrscheinlich wenig wenig weniger ah doch nochmal Häuser gut was ist wahrscheinlich Randbebauung na wieder das Schild Programm Pamisaks die sind auf jeden Fall dabei die Infrastruktur hier erst wieder aufzubauen Dusun Lubuk Kabupaten Bungo Bungo Lubuk Am besten wäre wenn ich die die Straße wirklich mal wüsste die haben halt nur vier große Straßen oder fünf das heißt wenn wir den Straßennamen haben auch wenn die Straße 2500 Kilometer lang ist davon abgesehen wenn ich weiß welche Straße es ist weiß ich welche Insel es ist wenn ich weiß welche Insel es ist ähm dann finde ich auch über die Namen den Ort zumindest zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eher als wenn ich ganz Indonesien abgehen muss Indonesien ist wirklich ein riesiges Land ist aber auch ein abwechslungsreiches Land also für Geotestik ist es schon in höherer Schwierigkeitsgrad wenn man die Sprache nicht kann aber auch das abwechslungsreichste nicht mal Meer mal Strand mal Wald mal Palm mal hier mal das eventuell hat die Straße keinen Namen das könnte ein großes Problem sein ey lass mich weiterfahren hier ist sogar Verkehrsstau habe ich noch nie erlebt ok willkommen in Yalan oder auf Wiedersehen in Yalan Lubuk Lubuk Mayan zeig mir alles irgendwas Lampunk Lampunk hatten wir aber nicht weil wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste die heißt Bakulani blablabla manchmal heißt die Straße auch so wie die Orte zwischen denen sie verläuft das ist halt auch super hilfreich und in den ersten Runden die ich früher hatte standen die auch wirklich relativ fix dran sag mal lass mich hier nicht weiter äh und das hat dann irgendwann auch Spaß gemacht wenn man einfach ein Schild gefunden hat konnte es halbwegs lesen und dann das dadurch eingrenzen kann ich jetzt wieder normal weiter ne irgendeiner blockiert die Straße da vorne und deswegen muss der hier kriechen und Ende scheiße okay so ein Dreck hier geht es nicht weiter oh no also nach Osten ist vorbei oh okay wir haben einen großen Fluss neben der Straße was könnte uns denn noch helfen wenn wir in etwa wissen wo wir sind ich hoffe wir können jetzt hier weiterfahren es gibt ja durchaus auch Mapmaker auch für dieses Spiel auch bei GeoGuessr gibt es diese Mapmaker manchmal kann man auch reingucken da ist das dann einfach bei Google so um fünf Meter unterbrochen und deswegen kann man nicht weiterfahren ich finde da müsste Google eigentlich mal ran und das irgendwie fixen dass man dann zum nächsten Punkt springt einfach der auf der Straße liegt die die kennen ja wo die Straße lang geht dann kann man die beiden Punkte doch in irgendeiner Weise verknüpfen nicht klar überspringt man 20-30 Meter manchmal aber die haben halt wirklich viele Stellen wo ein kurzer Aussetzer war und dann kommt man manchmal gar nicht weiter obwohl es eigentlich danach wunderbar weitergehen würde oder nur weil das Google Auto das nicht in einer Runde abgefahren ist kann man dann nicht raus das passiert ganz oft in Südkorea nicht da hängt man dann in so einer kleinen Nuschel Ecke ab bis man da den Weg raus findet nur weil man nicht auf die große Straße neben anspringen darf oder rauffahren darf weil es da immer umgedreht ist oder so klar nicht für die normalen Anwender ist das alles egal der springt ja trotzdem einfach über die Karte unten hin aber wir können das ja hier nicht das hatten wir schon wieder hier ein Blatt vor der Kamera hängen das hatten wir doch neu schon mal aber das war in Kolumbien oder so ist weggeflogen Wart mal Dusun Ich weiß es nicht mehr Einmal waren wir hier hinten drin Milak Tolak hier wäre nämlich auch ein Fluss und hier sind halt auch überall Straßen es ist nicht so dass hier nichts ist also wir könnten zum Beispiel hier auf der oder sowas sein Libak Pokemon und sowas Flora Kulu Kulu hatte ich da auch schon gelesen aber es gibt halt oft die gleichen Namen immer mal wieder da können wir auch nicht weiter okay aber vielleicht steht hier jetzt irgendwo mal was dran hier Il Banco Kersinki so also zwischen Banco und Kersinki sind wir in Kung Lai und das kann ich leider nicht lesen Banco Kerkini ich glaube wach mal das war Banco Kersinki ja wo war das denn Kendari es müssen hier größere Orte sein wenn die Straße danach benannt ist es gibt manchmal so Verbindungsstraßen die dann halt danach benannt sind auch wenn die Orte kleiner sind Banco und Kersinki Kern Keringi Keringi gucken wir mal ob wir die in die Stufe sehen ich vermute ja nur dass es die Insel ist es kann auch jeder andere sein Banco 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 Bandung Bogor Banjah, Klatten, so eine kleine Straße zum Beispiel könnte halt nach den Orten benannt sein. Banko, Kerinki, Banko, Kerinki, vor allem da ist ein Batscho und da ist ein Batscho, wow, super. Okay, Paulu Kimur würde dran stehen, okay, das heißt die Orte sind kleiner. Hm, ich weiß nicht, ob wir bessere Informationen großartig kriegen. Also Banko, Kersini ist auf jeden Fall schon mal stark. Und jetzt noch den Landkreis oder die Insel, eigentlich müssten wir die Insel kriegen. Wenn uns irgendein eines von diesen Schildern sagt, welche Insel wir haben. Dann wäre das gut. Ich sitze wie so ein, wie sagt man, wenn jemand keine Ahnung hat, was er macht. Ja, so fühle ich mich gerade. Und hier können wir nicht weiterfahren. Okay. Ich glaube, wir werden es nicht herausfinden. Also mit den Informationen, die ich habe, werde ich es nicht finden. Geschweige denn eingrenzen können. Das heißt, wir müssen leider raten. Aber das ist übel. Das heißt, wir sind in der Ecke, wo es nicht weitergeht. Das einzige Schild, was halbwegs sagt, wo wir sind, hängt halb runter. Sodass wir die wichtige Informationen, die uns das näher bringt, nicht lesen können. Bungo. Ich weiß nicht, wir hatten vorhin irgendwo was, aber Bungo Kerinki. Ich meine, wir können jetzt mal gucken, aber Ahmat Yanni. Nicht, die heißt denn die Samarinda Barau. Ah, okay. Das heißt, die wechselt immer den Namen jetzt hier zum Beispiel. Wenn die Orte da in der Nähe sind. Können jetzt die Straße die ganze Zeit abgehen. Wenn wir wissen, die ist auf der Insel. Ich glaube nicht, dass das so eine große ist hier. Also die war schon recht gut ausgebaut, diese Straße. Und wesentlich breiter. Kungai und Kenchini und sowas stand ja auch da dran. Okay, das ist... Hier ist halt richtig... Also die Insel ist ein bisschen krasser befestigt, nicht? Ähm... Wie heißt die Straße hier? Abul Halim. Oh, mich juckst. Ich glaube mir, ich hatte irgendwo heute mal nochmal eine Mücke erwischt. Oh. Aber ich frage mich, wie kann die mich da erwischen, wenn ich die ganze Zeit auf meinen vier Buchstaben sitze? Also... Kenbampangang. Iraya... Karingi. Karingi... Aber wie so ein Kershinki. Also ja, zu Lil. Was haben wir hier? Ich meine, ich könnte den Straßenverlauf aufzeichnen, aber ich glaube, wenn wir nicht mehr eine Ecke haben, wo wir uns halbwegs sicher sind, würde mir das auch nicht helfen. Okay, die Straße hat gar keinen Namen. Sehr gut. Wer ist du? Ratau. Hm. Ihr Veteran. Das Problem ist auch, dass man die Straßen manchmal erst kriegt, wenn man ewig ranzoomt, nicht? Bandung Sumedang. Hm. Bangkok. Wie so ein Banku. Äh. Oder Karingi. Tja. Von euch hat keiner eine Ahnung, oder? Also in dem Fall würde ich sagen, wenn jemand ohne Google weiß, wo es ist, könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Jetzt habt ihr einmal die Erlaubnis, das zu tun. Aber nur wenn ihr es aus Erfahrung wisst oder schon mal da wart im Urlaub, kann ja auch sein, dass jemand gerne da Urlaub macht und sagt, ey, ja, das liegt doch in der Ecke von Bali. Weil, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann, dann ist das Spiel für mich ja wie gescheatet. Lombok. Das heißt auch in den Java Plugin. Plugin. Weil, es verwehrt mir ja die Information, die ich vielleicht noch kriegen könnte. Ansonsten. Tja, was könnten wir machen? Könnt einmal nach der Straße googeln. Mach ich sonst nicht. Nicht? Aber auch in Nigeria mussten wir schon mal googeln, weil wir in einer geschlossenen Gemeinschaft in der Hauptstadt gefangen waren. Das wusste ich nur nicht. Aber was soll man machen? Da sind keinerlei Informationen. Und ich meine, wir sind in Runde drei. Ich will jetzt auch nicht abbrechen. Und wenn wir Pech haben, stehen halt die Straßen, äh, die Stadtnamen auch nur in so einem, an so einer Kirchenbezeichnung oder sowas dran. Wenn man halt wenigstens die Insel schon wüsste, Ich weiß aber, Kersinki sagt mir irgendwas. Aber wir waren so oft in Indonesien, nicht, da spielen einem dann auch die Erinnerungen irgendwann streiche. Und man vermischt die Erinnerungen. Ah, das war da oben links. Weil, bla bla bla, nicht? Und dann war es aber nicht oben links. So, das ist ihr Transsulawesi, nicht? Okay, du hast gar keinen Namen. Danke, Google. Wo ist denn die Iltrans? Okay. Naja, okay, das ist alles Iltrans-Sulawesi. Banku? Ohopi. Iltrans-Sulawesi, okay. Und Flüsse haben die halt auch in Massen, nicht? Also selbst da drüber, alles ist blau bei denen. Also da sind überall Flüsse. Auch wenn der an unserer Straße vielleicht ein bisschen breiter ist, das haben sie halt auch ohne mit der Wimper zu zucken. Tangulu, Taburko, Oso, Male, 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 Ullukolomali, Balalingara. Luwuk. Es ist halt einfach zu riesig. Okay. Ich gucke, wo Banco liegt. Banco. Ban. B-A-N. G-K. G-K-O. Nicht Bangkok. Ban-G-O. Ich hoffe, da fehlt nicht einfach ein K hinten. Aber da ist Banco. Okay. Und Banco ist... Ah, okay. Das reicht schon. Mehr will ich gar nicht wissen. Das ist sogar da, wo wir sind. Wir sind gar nicht so schlecht. Banco liegt... ...irgendwo hier drin. Äh... Ich bin ja bei der Meinung, ich bin hier vorhin rübergegangen. So, wo? Ähm... Bitte nochmal. Da ist ein Fluss. In Jambi. In Jambi liegt's. Da Jambi. Da ist ein Fluss. Da ist Banco. So, und da irgendwo muss ja dann... ...Ker-Shinki... ...in die andere Richtung oder sowas sein. Aber unsere Straße müsste die hier sein. Banco-Kern... ...Kerninki. Genau. Okay, also unsere Straße geht... Was denn Ken-Shinki? Pedang. Steht gar nicht dran, wo der Ort genau ist. So, also wir sind irgendwo da. Wir sind da, wo der Fluss eine Kurve macht... ...nach Süden im Norden. Und zwar der große Fluss. Der ist nördlich der Straße. Und der ist an der Straße. Und das ist er nie. Ähm... Das ist Kering-Ker-Shinki. Guck mal, ist gar nicht eingezeichnet. Ist nur über eine Schule identifizierbar. Da kann man ja lange suchen. Oh Mann. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Oh, Leute. Aber Danao-Kerninki. So, aber warum... Also der Fluss ist nördlich. Von dieser Straße auf der sind wir. Das sehe ich ja. Der kommt da und läuft da weiter. Nach Nordosten. Also ihr macht so einen Bogen. So, jetzt gehen wir die Straße lang. Hier ist... Gut. Wir wissen nicht, wie die auf unserer Höhe heißt. Auch geschenkt. Aber der Fluss ist südlich. Oh, der Fluss. Der wäre nördlich. Kreuzt sie aber. Haben wir nicht. Der macht zumindest erstmal so einen Bogen. Ob er dann so kommt? Nicht? Keine Ahnung. Aber da müsste er uns zweimal kreuzen. Wenn er von Süden kommt. Und der Fluss ist ganz dicht an der Straße. Okay. Dann würde ich fast... Aber er geht ja nach Norden weg. Dann sind wir hier. Hier stehen wir. Das ist die einzige Stelle, die geht. Und wenn wir genau nach Norden gucken, gucken wir hier vorbei. Dann stehen wir da. Bei was anderes. Aber wir sind nicht... Ich weiß auch nicht, warum der... Der sieht ausgetrocknet aus. Eigentlich würde ich ja vermuten, dass das der Fluss ist. Der gemeint ist. Hier wäre noch ein Fluss, der nach Norden weggeht. Kommt denn hier eine Brücke? Nee, guck. Der verläuft ja eine Weile parallel zu uns im Norden der Straße. So. Hier wäre er noch nördlich. Aber... Kreuz uns auch. Hier wäre er nördlich. Kreuz uns auch. Ich weiß halt nicht, ob das korrekt eingezeichnet ist. Ab hier wäre er nördlich. Aber... Das sind nur die Zuläufe. Und hier sind wir in der Stadt. Und das kann ja nicht sein. Da können wir nicht gestartet haben. Und hier auf der Seite gibt es nicht die Straße. Wir können natürlich hier sein. Aber... Ich glaube nicht, dass wir auf der Straße durch Banco gefahren sind und hier raus. Das würde mich wundern. Wir sind ja relativ schnell hier Richtung Westen in eine Stadt gekommen. Vielleicht sind wir weiter hier, als ich denke. Aber auch da ist der Fluss nicht nördlich. Und hier ist schon ein See. Den hätten wir auch gesehen, oder? Ein See, Brücke. Und hier kommt richtige Großstadtregion. Also das wäre uns aufgefallen, glaube ich. Ich mache Finish. Ganz woanders. Wie kann denn das ganz woanders sein? Ja, das ist halt doof, wenn man nicht weiterfahren kann. Aber ich glaube, der Startpunkt... Heißt die Straße auch... Die Straße ist doch gar nicht so. Also irgendwas passt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht richtig. Also vom Fluss her stimmt's, nicht? Hier sind wir langgefahren. Aber die Straße heißt so wie die hier. Die Ortsnamen standen nicht dran. Also ich würde sagen, wir hatten gar keine Chance. Ansonsten schreibt's in die Kommentare. Würde mich freuen, wie ihr das aufklärt. Ich meine, vom Flussverlauf macht Sinn, dass er nördlich der Straße ist die ganze Zeit. Sondern wir sind hier nicht mehr weitergekommen. Und hier stand der Hinweis auf die Straße. Vielleicht, weil diese Straße in 800 Kilometern... Das kann doch nicht sein. Das sind fast 1000 Kilometer oder so. Oder was sind das? Na, Skalierung. Das sind 200. Okay, 200 Kilometer sind das hier in etwa. Ich schreibe doch hier nicht eine Straße ran, die nicht mal erreichbar ist von mir. Also ich würde doch die große Straße dann ranschreiben. Irgendwas stimmt hier nicht. Und die Straße endet hier auch im Nirgendwo. Deswegen konnte man hier auch nicht mehr viel weiterfahren. So. Egal, was ich abgehe... Nach Norden könnten wir. Aber das hilft uns ja nicht. Es gibt keine südliche größere Route, außer über die Straße, um dann nach Banco zu kommen und dann hier hin zu kommen. Also alle Schilder, die wir gesehen haben, haben eher gesagt, wir sind hier unten. Hier unten. Hier ist das eine einzige Schild, wo die einzelnen Orte drauf waren. Da hätte ich nochmal gucken können, aber das waren ganz komische Ortsangaben. Ich glaube, die würden hier auch nicht stehen. Ah, doch. Hier sowas. Nicht stand da. Goa, Sungang, Yang, bla bla bla. Das kann sein, dass es dann hier so ein Punkt ist für Touristen. Oder sowas halt hier. Okay. Also das ist echt eine ganz schlechte Runde. Ich meine, 5749 immer noch gut, aber auch nur, weil ich Banco gegoogelt habe. Wir durften halt nicht weiterfahren. Also scheiß Startpunkt gehabt. Ist keine Ausrede. Wir haben nur 17.749. Die Serie reißt ab. 17.999, 17.749. Was kommt in der nächsten Folge? Erfahrts. Bis dann.